und ich wünsche euch ganz viel spaß und hallo und herzlich willkommen zum neuen video hier von let's play latents mit johnny katschuhl und verschwörung der millionäre oh mein gott die grafik und die sonne scheint es so geil meine frauen dass die sonne scheint dass die sonne scheint meine freunde sogar ist einfach meine freunde würde ich auch sagen genau dankeschön oh das war falsch ja da sind meine ganzen essen vorrate drin deswegen nicht wundern man vorne so so ist aber hier ich bin sehr spannend hier und jetzt wünsche ich euch auch viel spaß es gab lange das nicht mehr verletztes bis zu johnny aber jetzt habe ich mal wieder bock hier auf einen neuen folge und es geht auch mal wieder los hier am nachmittag vom mittwoch hoffentlich kommt auch an vielleicht online hier sehr gut an schön aha so wissen ja meine haare scheiß weil haare ist heute mal wieder scheiße aber dafür habe ich ein armband oder auch nicht da habe ich halt kein armband nein spaß ich habe ein band zum schick machen das ist leider aber weg ist nicht weg aber es halt ja gut dann würde ich sagen mache jetzt mache ich das mal vorne genau einfach das hier die tragen so ist aber ich glaube jetzt ist okay jetzt haben wir es doch jetzt haben wir es doch ja ja auf jeden fall was doch jetzt hier alles da das frau ich sehe das frau ich wirklich sehr meine freunde ist wo gefällt mir gut ist dem ich da ganz schön und viel spaß dann zuschauen jetzt hier okay tagesbonus so so kann mir mal ein sagen was jetzt machen muss hier test und sitzen ja ketschuren führt während der ermittlung allerdings fanden wir eine große pfütze auf dem gehsteigen neben der tür offenbar hatte ich letzte nach einer halbigen regenguss verschlafen das noch wichtig sein okay so das ist hier ein okay also jetzt noch einmal auf jeden fall wie ich sehe katze vielleicht hat ja 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 war richtig okay war richtig meine freundlichkeit hat irgendwas ja das ganze die uns helfen kann heute beim cool neuen party war so kommen sehr schön oh eine kleine katze offenbar ein streuner hat sich vielleicht verlaufen was meinst du armes kleines ding wir müssen es zu ein wir müssen wir müssen es zu seiner mama bringen wo es geht beide meine frauen mitten coolen geilen rätsel hier ganz spontan aber ich frau mich drauf und ich habe jetzt mal so lange gebraucht um hier weiter zu kommen aber sogar finanziert auch echt interessant wenn ich mal doch an ich von alles klar das ist ein armadier gut zu wissen das ist ein ach ich kann die ausbrechen amida kuhi 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 schascha ein sogenannte leider du musst waagerechte linien passieren um die tech und die zielkinder zu ihren müttern zu bringen wie viele waagerechte linien musst du mindestens platzieren tippe das feld an um deine antwort einzugeben um mehr darüber zu erfahren wie eine armida kuhi funktioniert berühre einfach die schallfläche links um eine zur anfassung zu halten alle klar gute wissen wie das antwort fällt aus und die bildschirm zum eingeben von buchstaben von buchstaben sorry von buchstaben von buchstaben oder zahlen ein anzuzeigen jetzt kannst du die gewünschte antwort eingeben aha gut zu wissen tausend lang alles klar das ist doch schön als eigentlich einige sein schön finde ich auch gut also das gucken ob wir schaffen okay ich glaube es okay freust du dieser bist du wieder eine sehr gleiche linie trifft aber dass das doch toll das doch das klingt gut das ist doch schön ah ok ich glaube zwei das ist das ist ein sehr kompliziertes ein sehr kompliziertes rät sorry habe ich versprochen mich gerade ich habe ich gerade versprochen aber okay so aber es klingt auf jeden fall sehr sehr ansprechend dass wir jetzt deswegen gibt es auch nicht auf meine freunde und deswegen könnt ihr auch nicht erwarten dass ich auch gebe hier wie viel waagerechte linien musst du benutzen platzen sie besser wird und eine antwort ok 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 der waschbär ist mit ich weiß das ist sehr kumpel das ist sehr kompliziert kommt kompliziert kompliziert kommt nicht nicht komplett kompliziert oder kommt das gab einfach nicht kompliziert klump auch nicht klump kompliziert nicht mit l kompliziert 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 mein guter ich glaube zwei ich bin ja ich glaube 20 ok ok aber es ist auf jeden fall das richtig was ich machen muss meine freunde ja ein tumult hat sich auch lange gebraucht haben wir um eine neue folge hochzuladen von als player ist er ist der jane katella und die verschwörung der millionär der millionär millionärer das hat ein bisschen gedauert aber jetzt weil ich ja was ich jetzt hier machen muss und möchte was weiß ich hier der waschbär der vogel der hase dieser affe denn dieses reh und dann haben wir hier so eine affe haben wir auch hier genau und dann haben wir den hase einen coolen wasch also so näher anderen ich würde sagen das ist ja so ein bär das ist das waschbär hier würde ich sagen das ist oder ich weiß nicht so also ich glaube ich brauchte weil ich das nicht ganz verstehe leider weil ich ein bisschen dumm bin nämlich nicht ich bin aber heute ein bisschen zu ungeligend egal alles gut mir kann keiner widersprechen ich habe sogar spaß kümmere sich am besten zuerst an das tierkind was denn sie kennt das am weitesten von war der mutter okay 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 tierkind oh mein gott jetzt ihr war wieder verarschender was meine mit tierkind bitteschön ich hätte das war noch nicht gehört sorry das was soll es eigentlich heißen hier was ist ein tierkind meine frauen was ist was ist ein tierkind tierkind habe noch nie gehört das wort das gibt es das macht für mich keinen sinn im leben was macht mir das macht mich irgendwie aggressiv das wort war das nicht weil das für mich kann sie macht tierkind ich ich stelle mir unter nur vor das ist eine mutter hat und jetzt das ist das kann das ist kein normaler witz gewesen dass das war kein normaler einsatz der war unlogisch dem will ich ausländen wie ich eben mal hier ja macht nochmals und scheiße wie viel lieber aus um den kids rechts oben zu helfen zu seiner mutterling und so kommt und dann hast du der ach ach so okay verstehe schon die müssen alle zusammen ach so gehen okay oh mein gott ist 3 4 4 4 ach so ich verstehe ich verstehe wie viele es verschieben müssen 4 4 4 und 5 6 ok von vorne vier bis dahin friere äste muss er bewegen dann die kein anziehen muss er bewegen der muss ich weiß wo er ne da 2 also haben wir sechs insgesamt gerade dann haben wir hase hase sieben dann haben wir hier da und da haben wir ein das muss er da bis nachschieben also ein schritt und das war es also sieben ich weiß auch nicht genau 7,0 oder sowas ist mit sehr falsch aber guck mal ja ich bin so schwer drin ich bin so schlechter drin ich bin so schlechter drin das ist dann nicht mehr zu feiern das ist nicht mehr feierbar doch es ist feierbar meine freunde oh mein gott ist alle klar okay es ist sehr sehr kompliziert okay ich versuche mir auch anzustrengen so was mal eben boah gott das ist echt heftig ist echt frau ist echt es ist echt sehr heftig meine freunde das ist voll schwer oder mein guter es ist also sehr schwer ich glaube ich brauche noch tipp ich habe nicht drauf gedrückt okay geht nicht da halt nicht aufgeben ich glaube ich mache ich nicht nicht ich habe mir mal eine holle bock das machen jetzt hier okay wir machen machen bis heute ich will auch nicht hier ja versagend meine ich halt genau so was soll jetzt machen meine freunde meine ehrenmänner haben oder er ist so schwer schaltfläche links um eine zusammenfassung zu erhalte was für mich macht alles nicht irgendwie mich macht dann wir nicht so sind ich muss sagen ich brauche es nicht gut so geht es nach jeweils 2 2 ja und hier ist warum hat man denn diese lieb verspöre damit ein tipp nicht zu geben hier meine idee mätze hier gut es geht nun hier hat er wird hier stehen wir auch nicht darauf wie geht es mit nur ein zweiter verdammt macht weil ich hier steht zusammen zu bringen brauche ich habe ich doch gesagt jetzt fehlen noch die bären ja habe ich doch das habe ich doch gesagt vier erste habe ich auch gesagt habe ich doch meine freunde habe ich gesagt ich habe ich habe gesagt vier liegen habe ich doch gesagt so bären und fügel einfach mal nicht die hasen richtig nicht bären und fügel bären und fügel bären und fügel ich glaube das sind gute frage gute frage oder habe ich mich gerade verzählt das darf doch nicht wahr sein ich hab nur 66 8 ich will einfach eine brille aufsitzenden weil ich darauf meine freunde und scheiß ich muss unbedingt die brille auf das meine freunde hier bisschen schicker sein und ein bisschen auger dass die passt mir nicht mal verpasste aber sie fände und immer unter von der scheiß nah sein sie ist verstaubt weil ich weiß nicht kämpfen aber nein weiß ich nicht aber es ist jetzt hält auf einmal was halt doch mal ich habe keine mauer da geht bei lochen was er acht drauf dass die hirsche einander nach wie vor reichen und fügel vielleicht 0 vielleicht auch 60 8 ok ich habe meine freunde